Ja, Jan, wir sind jetzt ja hier bei den Pfeilgiftfröschen. Sind die überhaupt giftig und woher kommt der Name? Pfeilgiftfrösche sind nur dann giftig, wenn sie das richtige Futter bekommen. Das heißt, sie müssen die richtigen Ameisen oder Termiten fressen, damit sie auch ein giftiges Haussekret produzieren. Und Pfeilgiftfrösche heißen die, weil die Ureinwohner in Süd- und Mittelamerika damals ihre Pfeile, ihre zur Jagd, an den Haussekreten der Frösche gerieben haben und so dann ihre Beute erlebt haben. Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Fakt. Dann schauen wir mal, was wir sportlich aus den Fröschen noch rausholen können, oder? Ja, Jan, wir haben uns ja gerade das Training angeschaut. Was ich mich natürlich frage, trainiert ihr jetzt mit den Robben für die Shows oder gibt es da noch einen anderen Grund? Nein, wir trainieren vor allen Dingen einfach einmal, wir sind das Jäger, das sind Rauchtiere, die brauchen jeden Tag beschäftigen. Und vor allen Dingen viel wichtiger ist, wir trainieren auch Abläufe, die wir nachher vielleicht mal brauchen, wenn der Tierarzt kommt. Das heißt, dass es stressfrei bleibt für die Tiere, dass sie da Spaß dran haben und dass sie vorher schon einfach wissen, okay, jetzt wird vielleicht mal Blut abgenommen oder die Zähne werden kontrolliert, die Ohren werden kontrolliert. Das wird jetzt jeden Tag geübt, die Robben haben da Spaß dran, die freuen sich da drauf und nachher ist es stressfreier, wenn der Tierarzt kommt. Ah, okay, also ist die Show eigentlich ein netter Nebeneffekt und dass er dann mit den Robben richtig gut geht. Ja, aber Training ist ja sowieso wichtig, mal gucken, was ihr noch auf der Matte bieten könnt. Ich würde sagen, jetzt sitzt sportlich, let's go. Ja, wir sind jetzt hier bei den Warzenschweinen und die gehen ja irgendwie so ganz komisch auf die Unterarme. Ist das nicht total unbequem? Warum machen die das denn? In der Steppe in Afrika, da ist das Gras relativ hoch und die Warzenschweine haben ganz lange Beine, damit die über das Gras drüber hinweg gucken können und sehen, ob da irgendwo Raubtiere kommen und dann gegebenenfalls flüchten können. Aber weil die halt so einen kurzen Hals haben, müssen sie sich zum Fressen nach unten auf die Beine kriegen. Ah, sonst kommen die gar nicht als Fischer dran. Genau. Sehr doof. Ja gut, da gucken wir mal, was wir mit dem Unterarmstütz auf den Unterarmen so machen können. Ja, wir sind jetzt hier bei den Elefanten. Neben mir steht die Korni und Korni hat großen Hunger. Die Frage ist jetzt für euch zu Hause, mag Korni wohl lieber eine Möhre oder einen Apfel? Ihr könnt das jetzt mal kurz tippen, euch überlegen, ob es eher die Möhre oder der Apfel wird. Und ich halte das jetzt mal dahin und dann schauen wir mal, wo Korni zuerst zuschlägt. So Korni, Möhre oder Apfel? Ah, es ist der Apfel. Die Möhre gibt es aber trotzdem noch. Tschüss Korni, bis später. Viel Spaß noch mit deinen Kollegen und Kolleginnen. Ja Jan, also Geparden sind ja auf jeden Fall beeindruckende Tiere. Was kannst du uns denn noch über die Geparden erzählen? Also Geparden sind hochspezialisiert auf Sprinten und die haben Krallen, die lassen sich nicht einziehen. Also die sind bei den Geparden immer draußen. Bei den Jungtieren ist das noch nicht, aber das wächst dann irgendwann so. Und das ist einfach nur, damit die beim Sprinten besser laufen. Dass sie sich so richtig abdrücken können aus dem Boden. Genau. Die Spikes bei Sprintern eigentlich. Genau richtig. Cool. Und wie schnell können die wohl werden? Ja, die können so zwischen 100 und 120 kmh Spitzengeschwindigkeit erreichen die. Und von 0 auf 100 sind die in 3 Sekunden. Wow, okay. Also diese 120 kmh, das ist ja ungefähr, dass man sich es besser vorstellen kann, knapp unter der Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn. Wahnsinn. Also können die euch demnächst neben dem Auto herjoggen, bzw. her sprinten, wenn ihr mit dem Auto auf der Autobahn fahrt. Gucken wir mal, was wir daraus machen. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018